Servus Leute! Ich grüße euch vom Weekend auf Hey! Wir haben hier eine super Stimmung und ich wollte euch nur kurz einen Tipp geben. Ihr müsst auf jeden Fall zur Trash-Nacht gehen in Wolfsburg. Ich versuche es auch zu kommen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Gute Typen. Einfach eine geile Show. Und ich bin ein Dein Feeder. Take care!